Oh mein Gott, früher war alles besser, früher war alles cooler, früher hatte ich so viele Views oder was auch immer. Wenn du dann an diesem Punkt es aber gar nicht reflektiert bekommst, dann ist es schwierig. War die GTX 1080 scheiße? Diese und andere Fragen rund um Tech, Tests, Trends und das Dasein als Content Creator will ich heute mit Alex aka Alexi Beksi besprechen. Alex macht seit 2006 YouTube und ist wohl der bekannteste Tech-YouTuber, Content Creator in Deutschland. Und außerdem ist er auch einfach ein toller Mensch. Ich bin Jan, ich freue mich sehr Alex und euch zu dieser Folge GeForce Tech Talk begrüßen zu können. Alex, erste Frage, war die GTX 1080 scheiße? Boah, kommst du mit einer Frage zu einem Video, das ich schon längst verdrängt oder vergessen habe? Oh mein Gott. Ich erinnere mich sogar an dieser Stelle gar nicht mehr, warum ich das gesagt habe, muss ich zugeben. Weißt du das noch? Also, ich habe es deswegen genommen, weil das war der letzte Stand deiner und NVIDIAs Kooperationen, sage ich jetzt mal, oder Zusammenarbeiten, als ich eingestiegen bin als Community Manager. Also, das Video, ich habe es dann mal noch nachgeschaut, kam am 31.05.2016. Ich habe angefangen am 1., ich glaube, 1.11.2016, jedenfalls Anfang November. Und da war dann eben so, weil ich dann eben gemeint hatte, nach ein bisschen Einarbeitungszeit, ja, ich würde gerne was mit Alex machen, weil ich feiere den persönlich und so weiter. Wow, 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 ganz schwierig, ganz schwierig, weil da gab es dieses Video und so weiter. Also habe ich schon von meinem Vorgänger eben gehört. Und deswegen ist mir das im Gedächtnis geblieben. Und deswegen habe ich es nochmal rausgesucht. Und ich wollte diese Frage noch beantworten. Du hattest es. Fast schon acht Jahre Jubiläum. Ist ja Wahnsinn. Ja. Okay, krass. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Die Zeit fliegt. Es ist schön. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Es ist wirklich schön. Nee, nee, nee. Nur wegen deiner Frage wiederum auf diese Frage. Also ich glaube, der Titel war deswegen gewählt, weil es da einige Treiberprobleme zum Launch bei dir gab für die Launch Review. Und da ist dann Windows rauf, Windows runter, Treiber runter, Treiber rauf. Und es gab trotzdem noch Probleme. Das Video selber war dann relativ versöhnlich. Aber der Titel blieb. Ja. Der blieb auch im Gedächtnis. Ja, glaube ich. Aber wahrscheinlich auch nur bei dir oder bei Menschen, die auf der anderen Seite sitzen. Ich glaube, die allermeisten haben es schon vergessen, oder? Wäre mal eine interessante Frage oder ein interessanter Field-Test. Ich weiß nur, zumindest ist das bei der Nintendo Switch. Das Video, das ich mal dazu gemacht habe, weil ich damit auch zu Beginn sehr unzufrieden war, dass bei vielen hängen geblieben ist. Aber ich glaube, das ist auch eine andere Community, mit der man dort zu tun hat. Deswegen bleibt es wahrscheinlich eher und länger haften. Inwiefern? Inwiefern eine andere? Ich glaube, die sind beinharter, kann man jetzt negativ auffassen, aber das ist eigentlich eher positiver gemeint. Loyaler. Leidenschaftlicher. Leidenschaftlicher. Oh, noch besser. Dass, wenn man dann da etwas releast, was vielleicht nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, was andere erlebt haben oder erfahren haben, dass es dann schon eher hängen bleibt, weil man vielleicht auch so eine Art Enttäuschung dann vermittelt, die andere nicht verstehen können und deswegen so eine Art, ja, sowas im Gedächtnis einbrennt. Und es hat sich ja inzwischen auch erledigt. Also sprich das Video. Es hat sich ja inzwischen erledigt. Also ich habe ja auch schon ein paar Videos und Content Pieces dazu gemacht, dass es dem natürlich nicht mehr so ist, was ich ursprünglich in der Zeit zu Nintendo Switch gesagt habe. Aber manche lassen sich trotzdem davon nicht mehr überzeugen, dass ich die doch gut finde. Also das Video war negativ und das Feedback von der Community war eigentlich, hey, das ist doch besser, als du es darstellst. Aber hat man ehrlich gesagt, ich glaube gerade in unseren Breiten nicht so oft. Also ich habe öfter mal das Gefühl, dass Creator sich genötigt fühlen, hinsichtlich dem Community-Feedback auf etwas eher drauf zu hauen. Als es positiv darzustellen. Und es ist ja interessant, dass es in dem Fall vielleicht auch mit dieser Community dann andersrum war. Ja, was ja auch voll okay ist. Ich habe es auch im Laufe der Zeit dann auch verstanden, wie Nintendo, ich sage mal diese Nintendo Community funktioniert. Weil das ist ja nicht nur, ich habe es glaube ich damals auch falsch vielleicht betrachtet. Nur als Hersteller, der jetzt ein Produkt released hat und das gucken wir uns jetzt mal an. Punkt. Aber über die Zeit hat man eher begriffen, dass gerade dieser Nintendo-Kosmos nochmal ein ganz anderes Thema ist, als zum Beispiel ein Smartphone-Hersteller, der halt ein Smartphone rausschmeißt. Und ja, das war mir zu dem Zeitpunkt glaube ich auch gar nicht klar. Und deswegen konnte ich auch mit diesem Feedback mancher Leute damals gar nicht umgehen. Und habe mich gefragt, wieso? Das Produkt für sich ist halt so, wie ich es gesagt habe. Was stimmt denn nicht? Hä? Aber ja, es fehlte sehr viel noch obendrauf, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, nicht verstanden habe und jetzt mit der Zeit gelernt habe. Und ja, ich glaube rückblickend würde man dann deswegen auch so ein Content-Piece, so ein Video zu der Switch gar nicht mehr machen. Aber umgekehrt, weil du es ja gerade sagst, ja, es gibt auch bei mir öfters den Fall, dass ich von etwas tatsächlich überzeugt bin und dann versuche auch darüber ein Video zu machen, das vielleicht auch mal hochwertiger aussieht. Weil ich mir denke, das passt in ein bestimmtes Format, das jetzt vielleicht auch so eine gewisse Qualität oder das Produkt passt in ein hochwertigeres Format, das jetzt auch so eine Qualität verdient hat. Naja, und dann kommen auch Leute um die Ecke und sagen, naja, du wurdest dafür bezahlt. Hä? Wurde ich aber gar nicht. Ich finde es einfach geil. Und dann, ja, merkt man auch im Nachhinein erst, es ist natürlich auch in Anführungszeichen ein Problem von einem selbst, weil man die Community natürlich auch in eine gewisse Richtung hinerzogen hat, sage ich mal vorsichtig. Weil es gibt dann Formate wie China-Schrott oder es gibt Kickstarter-Formate, wo dann auch über Scam, also viel Content, wo darüber gesprochen wird, dass es eigentlich ziemlich viel Mist auf der Welt gibt. Und dann auf einmal kommt man mit etwas um die Ecke, sozusagen von jetzt auf gleich, von einem Video aufs andere, wo man dann plötzlich sehr positiv über etwas redet, weil man es wirklich gut findet. Natürlich sind dann viele, die eigentlich gekommen sind oder meine Sachen gucken und abonniert haben, weil sie lachen und haten wollen, sind sie dann völlig irritiert und ordnen das dann erstmal komplett als Werbung ein. Und ja, so das Ding mit der Erwartungshaltung. Ja, genau. Ja, aber führt vielleicht, also ich komme später nochmal, wir sind jetzt noch einige Punkte auch hinsichtlich dann deiner Art Reviews zu machen und auch Bezahlungen und so weiter. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ich habe mir eben dann, also zwei Sachen, einmal eben, weil das natürlich so der Ausgangspunkt für mich war in der Zusammenarbeit mit dir. Deswegen ist es hängen geblieben und außerdem ist dann wiederum am Ende März, am 2017, also im darauf folgenden Jahr, ist dann das nächste Video rausgekommen und praktisch das erste, wo wir beide so Kontakt zueinander hatten. Das war dann GTX 1080 Ti plus Ryzen gleich Traumpaar mit Thumbnail und Herzchenaugen und so weiter. War schön und es ist mir auch deswegen im Gedächtnis geblieben, weil das hart an der Grenze war zu dem, ob ich überhaupt den Job weitermachen kann. Also jetzt nicht dieses Video, sondern die 1080 Ti, weil ich hatte vorher, kurz bevor die rausgekommen ist, irgendein Video aufgenommen. Ich glaube, irgendein Partnershop oder sowas hatte da Geburtstag und hatte von den Herstellern gefragt, ob die so einen kleinen Geburtstagsgruß schicken können. Und ich dachte mir damals, ich bin lustig und habe ein Video aufgenommen, wo ich ein selbst gedrucktes Dokument in der Hand halte, wo Top Secret 1080 Ti draufsteht und legte es dann so überrascht weg. Ein bisschen cringe, aber damals fand ich es lustig. Das, was man halt so machen würde zu der Zeit, ja. Ja, ich habe es dann auch ganz stolz meinem damaligen Manager, also meinem Chef eben gezeigt und der schaut mich nur an und ja, damit überlebst du die Probe zeitlich. Okay, ziemlich naiv aus der heutigen Sicht natürlich da irgendwie, aber es war eben zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, als Redakteur habe ich mir gedacht, ja, es ist ja eh schon eben klar, dass die Karte kommt. Dann kann ich damit ja noch ein bisschen spielen, aber natürlich nicht. Also ich musste da eben erst reinwachsen in dieses Corporate Life. Ah, damn. Ja, ich hatte im Intro gesagt, dass du seit 2006 YouTube machst und dass du wohl der bekannteste Tech Creator in Deutschland bist. Ich bin, glaube ich, zumindest seit 2006 angemeldet auf YouTube, aber YouTube selber mache ich ja aktiv, ich glaube erst seit 2009 oder 10, also ein paar Jahre später. Ich hatte schon die 20-Jahr-Feier vorbereitet. Ja, nee, zum Glück nicht. Also nein, es kann sein, dass ich auch vorher schon was hochgeladen habe, aber das waren dann wahrscheinlich Spiegelungen von anderen Plattformen damals, weil vor YouTube slash YouTube Deutschland gab es ja noch andere Plattformen. Und da hatte ich eigentlich Content für gemacht, ja. Ich glaube 2009, 2010 ging es los, ja. Okay. Müssen wir noch ein bisschen warten mit dem Jubiläum, ja. Dann wollte ich also erst mal abschließend dann die Frage, nein, die GTX 1080 war nicht scheiße, die Launch-Treiber waren verbesserungsbedürftig vielleicht, aber... Ich glaube auch, ich glaube aber auch, also es bestimmt waren da auch viele Dinge mit bei, die, oder Fehler mit dabei, die auf meiner Seite waren, weil ich war auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so tief in manchen Thematiken drin. Ich hatte Bock auf viele Themen, ich habe immer noch Bock auf viele Themen, aber ich bin halt auch so jemand, der sich selten Zeit nimmt, sehr tief in etwas einzusteigen, das ist etwas richtig Geiles. Bestimmt gab es damals auch Sachen wie, bei einem Computer war das Netzteil vielleicht nicht das Richtige, bei einem Computer war vielleicht der RAM nicht das Richtige, das Passende, das Geile. Man hätte bestimmt immer alles irgendwie geiler machen können, aber das war noch, ich sage mal so, das klingt vielleicht für manche weird. Aber es war halt ein anderer Alex, das war, es war in einer Zeit, zu einem Zeitpunkt, wo man halt sowas gemacht hat aus Sensationsgeilheit, man wollte bekannt sein, bekannt werden, YouTube war das Ding zusammen mit Netzwerken, du hast eigentlich alles mögliche versucht irgendwie mit dabei zu sein, mit am Start zu sein, mit Content, über den man im Nachhinein denkt, why? Aber diesen Alex gibt es tatsächlich so in der Form gar nicht mehr, also, dass ich am Anfang gesagt habe, ich erinnere mich da gar nicht mehr dran, war gar nicht so dahergesagt, sondern das ist schon ernst gemeint, das ist ein Teil, der inzwischen so gut wie gelöscht ist aus dem Kopf. Abgespaltete Persönlichkeit. Ja, es war, ja, ja. Aber, aber dann, ich meine, zu dem Zeitpunkt war es ja dann so gesehen schon sechs Jahre praktisch im Game. Ja. Und trotzdem hattest du da noch dieses Gefühl oder Bedürfnis, irgendwie über die Stränge zu schlagen. Es war aber eine mit anderem Content, weil die ersten Jahre war ja schon Musik so das dominierende Ding und wenn ich das noch so halb im Kopf habe, da war ja auch viel noch mit Mediakraft und bla. Es war eigentlich, es war, also jetzt, man würde sagen Sex, Drugs, Rock'n'Roll, aber den Sexpart kann man wegnehmen, weil der hatte da halt, das existierte nicht, sondern Drugs und Rock'n'Roll war so diese Zeit. Und da ging es halt tatsächlich darum zu schauen, wie kann man sich sonst etablieren mit etwas, was eigentlich nicht mehr funktioniert, weil Musik war zu dem Zeitpunkt auch schon so, ja, will keiner mehr sehen, will keiner mehr hören. Was jetzt? Oh mein Gott, das, was ich bis dahin gemacht habe, funktioniert nicht mehr. Was soll ich tun? Und wahrscheinlich war das zu dem Zeitpunkt auch etwas, wie kann man mit aller Gewalt sich anderweitig etablieren? Und da hat man sie eben auch zu, wahrscheinlich auch solchen Mitteln gegriffen. Ja, Clickbait würde man wahrscheinlich heute Retrospektive dazu sagen. Also, aber damit meinst du dann im Endeffekt die Umsetzung, aber das, für dich, für dich die, also das Interesse und die, vielleicht Faszination ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber das Interesse an Tech war ja jetzt halt nicht... Nee, das war ja kein Quatsch, da hat man schon... Nicht ausgedacht. Nee, nee, das nicht. Also es war eher so ein, was, oder wie kann man mit dem, worauf man noch Bock hat, weil Musik hatte ich ja zum Beispiel damals auch Bock, so ist es ja nicht. Nicht, weil ich geil singen kann, sondern weil ich die Möglichkeiten dahinter ganz geil fand. Du machst dein Garageband oder dein Logic auf, hämmerst da ein bisschen mit MIDI-Noten rum und so und kannst dann ganz viel mit Effekten machen. Also selbst da war schon eher die technische Seite interessant als die musikalische Umsetzung, beziehungsweise die Gesangsqualität. Und ja, der nächste Step war dann halt, wie kann man dieses Interesse, das man in dieser Thematik hat, auch wenn man noch gar nicht genau weiß, was es da so alles gibt in Sachen Tech, außer zu dem Zeitpunkt vielleicht coole Smartphones oder whatever, wie kann man das festigen und bei den Leuten auch klar machen, die sonst nur Musik geguckt haben, dass das auch meinerseits interessant sein kann. Ja. Hat zu Beginn nicht geklappt, kann ich dir so sagen. Es war also die Transition, die Transition, daran erinnere ich mich noch relativ gut, weil das so ein längerer Zeitraum war, war schon, ich sag mal, fast schon qualvoll. Aber ich glaube, weil ich auch viele Dinge falsch angegangen bin, weil ich eben versucht habe, mit, 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 in Anführungszeichen allen möglichen Mitteln, das bei den Leuten klar zu machen, dass das Thema Musik jetzt halt vorbei ist. Ja, oder kommen. Ich meine gut, du bist natürlich ein Content-Creator geblieben, aber wie du schon sagst, dieser Übergang ist natürlich eine ganz andere Welt so gesehen und da muss man dann, gibt es dann natürlich auch ein paar Geburtsschmerzen dabei. Aber gut, dann wahrscheinlich nicht aus der Zeit, aber was wäre denn bislang so aus dem, aus dem Tech, aus der Tech-Alex-Zeit so dein Highlight? Also man kann es ja dazu, oder sagen wir es mal so, ich weiß ja, dass du eigentlich nie zufrieden bist mit einem Video. Also von daher dann so formuliert, was wäre denn das, oder muss ja gar kein Video sein, kann ja auch irgendein Event oder sonst was sein, aber etwas, mit dem du am wenigsten unzufrieden warst. Oh, das ist schön, am wenigsten unzufrieden. Also ich würde dir gerne, ich würde dir wirklich sehr gerne eine Pinpoint-Antwort darauf geben und sagen, das Video oder das Event, dieser Content oder was auch immer, würde ich am allergeilsten finden oder am wenigsten unzufrieden sein. Aber man macht so viele, oder man hat so viele Dinge jede Woche gemacht, dass im Grunde alles eine gleiche Lautstärke hat. Das ist so ein bisschen wie Werbung in Japan, wenn du da in so einen Einkaufsladen gehst. Alles ist gleich laut. Das bedeutet, nichts ist mehr langweilig oder besonders interessant, sondern alles ist gleich laut. Und ich glaube, so ist es auch bei mir, wenn ich da so Retrospektive drauf schaue. Ich finde Videos über, warte, ich versuche es kurz zu vergleichen mit konkreteren Beispielen. Ich finde Event-Videos von Apple genauso cool, wenn man da unterwegs ist in Kalifornien, whatever, finde ich genauso cool wie ein Video daheim über einen Fernseher, der jetzt als einzige Neuerung, als Fernseher, einzige Neuerung eine App drauf hat namens GeForce Now, mit der ich jetzt einen Controller verbinden und zocken kann. Und das sind natürlich so volumentechnisch zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ein Event mit tausenden Menschen und zu Hause sitzen und am Fernseher rumeiern. Finde ich beides gleich gut, weil beides hat seine Vor- und Nachteile und zu sagen, ich finde jetzt zum Beispiel ein Apple-Event geiler, weil ich dann verreisen kann und dann bin ich halt in den USA, bla, finde ich jetzt geiler, als zu Hause eine neue Technologie zu nutzen, die den Alltag so viel geiler macht. Und das geht sich nicht aus. Das hat auf beiden Ebenen gleichermaßen Vor- und Nachteile, dass es unfair wäre, glaube ich zu sagen, das ist jetzt das absolute Highlight im Vergleich zu anderen Sachen. Ja gut, ich glaube, mit der Zeit nutzt sich das ja auch ein bisschen ab. Also im Sinne von, ich fliege jetzt das erste Mal über einen großen Teich und bin da eingeladen zu diesem und jenem Event. Ich glaube, das kommt darauf an, wie du bist. Weil wenn ich jetzt mir heutzutage so die TikToker anschaue, TikTokenden, entschuldige, die dann auch sagen, zu denen du ja auch gehörst. Ja, okay, ja, ich mache da auch Content, aber YouTube bleibt immer noch meine Homebase. Wenn ich mir halt so ein paar TikTokende anschaue, die dann auch von Herstellern eingeladen werden, sonst wohin, muss das nicht Apple sein, das kann ja jeder sein, das kann Samsung sein, Xiaomi, whatever, und dann so groß rausgeblasen wird. Es ist voll die Ehre, eingeladen worden zu sein und für Hersteller XY jetzt hier zu sein, bla. Vergiss nicht, Boy oder Girl, du bist jetzt gerade ein kostenloses Stück Werbung für diesen Hersteller und deutlich günstiger, als würden die halt woanders Werbung schalten. Also gerade im heutigen Zeitalter ist es deswegen, sollte man vorsichtig sein mit solchen Aufsagen, dass dann Zuschauende sowas auch sich als Vorbild nehmen oder vielleicht auch machen wollen. Für die Hersteller ist das geil, die sagen sich, nice, noch mehr Leute, die für uns haufenweise kostenlose Werbung und Reichweite machen, top. Also ist das kein Abstumpfen, sondern aus meiner Sicht eher so eine gesunde, so eine gesunde, nicht Distanz, aber so eine gesunde Skepsis gegenüber all dem, weil es ist natürlich schön, dabei sein zu dürfen, aber trotzdem bist du immer noch ein Instrument für diesen Hersteller, um Events und Produkte an deine Community zu bringen. Ich wollte gerade sagen, wenn du so sagst, das ist gleichbleibend oder vielleicht alles so ein bisschen weißes Rauschen mäßig, kann positiv sein, kann auch negativ sein. Also keine emotionalen Höhen und Tiefen jetzt mit etwas zu verbinden, erstmal negativ, andererseits in der Berufswelt, dass man dann so gesehen gesettelt ist und eben nicht so schnell aus der Bahn geworfen wird, ist natürlich auch wieder sehr viel wert. Ja, die Emotionen dann lieber in etwas kanalisieren, was du vielleicht erzählen möchtest, also dann landen die Emotionen, die du so sonst gegenüber anderen Dingen nicht hast, landen dann in deinem Content. Und dann kommt es darauf an, möchtest du sie in Hass kanalisieren, weil du die ganze Zeit des Events über das einfach nicht rauslassen konntest, weil du weißt, jetzt musst du halt mal die Fresse halten und vernünftig sein. Oder du kannst halt im Nachhinein sagen, boah, das war richtig geil, aber dann fragen sich die Leute auch wieder, wieso? Wieso war das geil? Hast du dafür Geld bekommen? Egal, wie man es macht. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber vom Anfang, wo ich ihm meinte, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen, das war und ist für mich jetzt auch in der Zusammenarbeit mit dir halt immer was Besonderes gewesen, weil da kommen dann natürlich auch mal Vorschläge jetzt innerhalb vom Team oder sowas so. Ey, mach doch zu dem und dem Thema was mit Alex und dann kann er das und das machen. Und dann schaue ich die Leute halt an und sage, ja, nee, da hat er keinen Bock drauf, das weiß ich jetzt schon und dann mach das auch nicht. Und das, also es ist jetzt nicht, dass es jetzt bei anderen vielleicht, dass es heißt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, aber ihr zahlt genug und dann mache ich schon. Aber, sondern das wird dann gar nicht erst kommuniziert. Und bei dir vielleicht eben auch durch dieses Gesettelte, dass du halt dann sagst, ja, nee, das sehe ich nicht. Und gleichzeitig bist du auch jemand, der nicht nur für sich seine Community und seinen Content denkt, sondern auch wiederum für den Hersteller, weil dann auch eben Feedback kommt so, das und das macht doch für euch überhaupt keinen Sinn. Und das und das wäre doch in eurem Sinne besser. Also bist du eben niemand, der jetzt einfach nur ein Skript vorliest. Und gerade langfristig waren, ich kenne das mit diesem Rauschen, was du gemeint hast, aber das waren dann für mich immer so trotzdem mal so Hüpfe nach oben innerhalb des Büros, weil ich sage, ah ja, das hat mich jetzt auch weitergebracht. Oder da kann man jetzt auch selber dahinter wirklich stehen und das bleibt ein bisschen länger im Gedächtnis, als jetzt vielleicht die klassische, wie du schon sagst, TikTok-Kampagne oder sowas. Und auch wiederum hinsichtlich Bezahlung, ist ja vielleicht auch für die Leute draußen interessant. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Hersteller oder alle Firmen sprechen, aber Launch-Reviews, da zahlen wir kein Geld. Was dann wiederum halt auch bedeutet, dass es auf den Creator darauf ankommt, weil der Aufwand bleibt ja trotzdem da für das Erstellen des Videos. Und so weiter. Und gleichzeitig hast du dann aber natürlich aus unserer Sicht und auch aus meiner persönlichen, will ich den Leuten natürlich so viel Freiheit geben wie möglich. Gleichzeitig, wenn du natürlich keine Verträge oder Budgets dahinter hast, hast du dann halt auch nicht keine Kontrolle. Und dann kommt eben halt auch mal ein Video mit dem anfangs genannten Titel raus. Aber dafür gibt es ja eben auch den Job des Community-Managers und den Job des PR-Managers, dass man eben einen Ansprechpartner dann hat und dann eben Fragen vielleicht auch im Vorfeld klären kann. Also ich habe da und da Probleme oder was habt ihr euch denn da und dabei gedacht und so weiter. Ich überlege gerade, weil, nee, ich glaube es war noch ein anderes Video, egal. Aber ja, ja, stimme ich dir zu, stimme ich dir zu. Aber das ist ja, deswegen gibt es ja Menschen wie dich. Die können das nur besser machen als zum Beispiel manche Vorgänger. Ja, nein, Grüße gehen raus. Cut, cut. Naja, aber ich meine, man lernt ja auf allen Seiten weiter. So die, du hast dich weiterentwickelt, die Firmen entwickeln sich weiter, die Jobs entwickeln sich weiter und die Leute dort auch. Ich meine, gut, das hat mal, mir wurde mal gesagt, gerade in unserer Branche, dass sich die Namen nie ändern, sondern immer nur die Titel auf den Visitenkarten. Ja, manchmal, das stimmt, ja, doch. Man trifft sich oft zwei, drei, vier Mal im Leben, ob man jetzt will oder nicht. Genau, ob man will oder nicht. Aber, also du hast jetzt natürlich eben gerade in deinem längeren Statement ein paar Sachen aufgegriffen, wo ich jetzt natürlich auch immer hätte noch eingreifen können. Es ist interessant, wir können jetzt, glaube ich, ewig lange darüber diskutieren, gerade auch mit der Entwicklung von Hersteller und Creatoren. Ich glaube, mit dir jetzt oder mit Nvidia ist es ja nochmal, zumindest aus meiner Sicht, nochmal eine Stufe interessanter, weil wir unterhalten uns ja schon auch länger mal im Vorfeld darüber, sag mal, was kann man denn mal so machen, in Zukunft mal so machen. Und wir unterhalten uns ja auch wirklich auf Augenhöhe. Und das ist, ich glaube, selten, also nicht selten, aber eher nicht so häufig der Fall. Es kommt nicht so häufig vor, dass man sich länger mit jemandem unterhalten kann und dann sogar trotz längeren Austausch sagen kann, du, ich glaube, wir machen das diesmal doch nicht, weil das macht irgendwie keinen Sinn, weil das hatten wir ja schon letztes Mal. Und ach komm, war schön, darüber wochenlang gesprochen zu haben, aber lass das dann doch mal fürs nächste Mal irgendwie aufarbeiten, damit die Leute nicht denken, boah, das haben wir doch schon mal gesehen. Weil sonst ist es in der Vergangenheit oft so, dass man dann, warte, wie erzähle ich das jetzt diplomatisch, dass man dann schon eher darauf festgenagelt wird, was mal gesagt wurde, auch wenn es ewig her ist. Aber wenn man es dann nicht mehr so machen will, dann ist es dann immer so ein sogenannter Deal-Breaker. Und da fragt man sich auch so, boah, why? Weil, also ich persönlich versuche es zumindest schon so gut ich kann, immer zu gucken, dass es jetzt kein Scheiß ist, mit dem man Kooperationen eingeht. Also, wenn es losgelöste Sachen sind, die ich dann mache, natürlich kann das auch der größte Scheiß sein, weil dann habe ich natürlich viel Spaß daran, den Leuten zu zeigen, was es für einen Scheiß da so gibt. Aber, wenn es um Kooperationen geht, vor allem dann auch bezahlte Kooperationen, sollten es aus meiner Sicht immer Sachen sein, mit denen die Community auch was anfangen kann. Also, ich würde ja jetzt nicht random den Leuten Werbung platzieren, sondern ich mache mir zu jeder Platzierung Gedanken, egal ob das eine Zintegration ist oder ein Dedicated, es soll immer einen Mehrwert bieten. Und, dass es manchmal besser gelingt, manchmal weniger gut gelingt, ist vielleicht auch ein bisschen abhängig von der Gesamtthematik oder von dem Zeitgeist gerade, was vorher kam, was vielleicht danach noch kommt, weiß ich nicht. Aber, ich würde mit solchen Kooperationen jetzt gegenüber anderen Leute nicht über den Tisch ziehen wollen, mit Sachen, hier, holt euch das, ich kriege da eine geile Provision davon und alles andere ist mir egal. Sondern am besten Fall etwas, was ich selber nutzen würde, worüber ich mit den Leuten im Nachhinein auch sprechen kann. Sowas wie einen Monat später kommen dann manchmal noch Leute auf mich zu und sagen, hey, ich habe mir das aus dieser Werbung von dir mal besorgt, kann ich damit eigentlich auch das und das machen? Weil das würde ich gerne probieren und sage, ja klar, du kannst dann so und so machen. Oder falls nicht, das wäre die Alternative. Und das ist ja irgendwie ganz geil. Das sind dann schöne Kooperationen, das macht dann auch Spaß. Das wäre dann relativ unangenehm, wenn du in dem Moment dann so dastehen würdest, ey, woher soll ich das wissen? Ich habe das Ding nie benutzt. Also natürlich hat man in der Vergangenheit, weil das sind jetzt ja viele, viele Jahre und natürlich gab es in der Vergangenheit auch mal Fälle, wo man das gemacht hat. Und ich probiere natürlich auch, um für die Zukunft zu wissen, was geht oder was geht nicht. Was nicht halten soll, kann ich in der Zukunft vielleicht doch Leute verarschen, das meine ich damit gar nicht. Sondern was für Möglichkeiten bieten sich an Arten der Integration oder was für Hersteller sind für die Community interessant. Und man hat in der Vergangenheit natürlich auch mal Sachen probiert, wo man sich jetzt im Nachhinein so denkt, boah, warum eigentlich? Also was fand man daran interessant? Sowas wie vor ein paar Jahren meine Kooperation mit so einem Pflegehersteller für Gesichtsprodukte und sowas. Man ist ja irgendwie in die gleiche Falle, in dieses gleiche Mindset getappt, was heute glaube ich vielen immer noch auf TikTok und Co. passiert, wenn man so durchscrollt und denkt, wow, warum denn Werbung eigentlich dafür? Das hat doch, das hat für niemanden einen Mehrwert. Man weiß ganz genau, dass es nicht funktioniert. Aber, naja, bla, das führt jetzt zu weit weg. Aber das ist halt eine Sache am Ende, jetzt kommt der große Bogen, es ist tatsächlich am Ende eine Sache, egal wie gut man es macht oder auch egal wie schlecht man es macht, es ist am Ende eine Sache der Medienkompetenz. Medienkompetenz, oh, Medienkompetenz und wenn Leute es nicht erkennen, dass Sachen auch so gemeint sind, wie man es versucht zu transportieren oder dass Sachen Quatsch sind oder whatever, dann fehlt es einfach an Medienkompetenz und die kann ich ja nicht vermitteln. Das geht nicht. Ich bin nicht in der Position, sowas ermitteln zu können, das muss an anderer Stelle passieren. Ich bin nur derjenige, der das dann abkriegt, so wie andere. Ja, aber das ist ja schon ein großes Thema seit Jahren und Jahrzehnten, Medienkompetenz und man sieht ja, dass da nichts passiert ist, vor allem auch nicht in den Schulen und deswegen ist es nicht nur auf YouTube und Co. so, sondern auch im Rest des Internets wie X, TikTok und bla. Absolut, ja. Ich will auch gar nicht so eine schweren Themen hier einreißen, tut mir leid, aber das sind so Sachen, die einem, weißt du, die mir wirklich täglich, sind so ein täglicher Begleiter, wenn man halt Sachen macht, hat man sowas irgendwie immer im Hinterkopf. Ich wäre super gern jemand, der viel unbeschwerter in sowas reingeht. Ich würde super gern, ich wäre, stimmt, Böhmermann und Schulz haben doch letztens in einem Podcast darüber gesprochen. Da hatte der Olli Schulz mal eingeworfen, ich kriege das jetzt nicht im Wortlaut zusammen, aber sinngemäß hat der Olli Schulz mal eingeworfen, ja, was mache ich denn, wenn meine Musikkarriere vorbei ist? Und dann, ja, ich gucke da so, Olli Schulz weiter, ich gucke da so viele TikToker und so, die machen einfach die Kamera an und da sieht nichts schick aus. Die labern einfach in die Kamera, Inhalt ist wichtig, Inhalt ist wichtig, einfach labern. Und sagt Böhmermann so, weißt du, Olli, ich glaube nicht, dass wir zu dieser Gruppe gehören, weil wir müssen irgendwie immer Inhalte machen, die Sinn ergeben. Und wenn wir keinen größeren Sinn dahinter sehen, dann sind wir wahrscheinlich diejenigen, die als letztes auf den Aufnahmeknopf drücken würden. Und das habe ich nur so nebenbei beim Podcast. Und dann dachte ich mir so, Moment, nochmal zurückspulen. Und auf einmal war dieses so, ja, eigentlich hat er gerade in einem Satz zusammengefasst, was ich so die ganze Zeit überlege. Warum bin ich nicht so jemand, der zum Beispiel einfach auf den Knopf drückt und irgendeine Scheiße in die Kamera labert? Oder einfach auf den Knopf drückt und einfach mal was in die Kamera labert? Muss ja nicht immer Scheiße sein. Weil ich tatsächlich auch, vielleicht aufgrund meines Alters, mehr oder weniger manifestiert habe, wenn da am Ende nichts bei rumkommt für den Zuschauenden, die Zuschauenden, dann warum sollte ich auf den Aufnahmeknopf drücken? Also es ist viele Interpretationen mit dabei, wobei ich glaube, da gibt es sogar Studien hinsichtlich, wie verschiedene Generationen zum Beispiel das Zeichen fürs Telefonieren machen oder das Zeichen fürs Foto machen und so weiter. Und so im Sinne von, wir sind jetzt noch die Generation, die ein Foto vielleicht so gezeigt hätte und später ist es halt dann so oder so geworden und auch dieses, also es gab Studien, wie schnell die verschiedenen Generationen beim Selfie auf den Auslöser drücken. Und bei den, sag ich mal, Millennials, da dauert es länger, bis auf den Auslöser gedrückt wird. Und jetzt bei den jüngeren Generationen, also jetzt mal ein bisschen weit gefasst, aber so dieses Sinne von eben, ich drücke einfach drauf und fange an, sowohl beim Foto als auch beim Video. Also so Burst Mode mit dem Finger. Ja, im positiven Sinne für die jüngere Generation, bei denen ist weniger gestaged, so gesehen. Negativere, du hast weniger Zeit, dir überhaupt Gedanken zu machen, was du da jetzt erzählst oder was du zeigst. Und natürlich auch mit den Kooperationen, wie du schon sagst, das ist ja immer die Frage über die, über die Herangehensweise. Nehme ich das, das schnelle Geld jetzt weg, weg mit? Oder habe ich halt wirklich ein Interesse an meinem Content und meinem, meiner Community, meinem Kanal langfristig? Weil dann muss ich mir ja Gedanken machen. Oder natürlich das fünfte Entschuldigungsvideo innerhalb von einem Jahr drehen. Aber ja, gab es ja auch immer so diese Debatten bei Twitch und Kick und so weiter. Nehme ich das Geld oder lasse ich es und so weiter. Ja, es ist... Aber auch aus... Entschuldigung. Nee, sag ruhig. Nee, nee, ich wollte jetzt nur wiederum den Bogen ein bisschen bringen zum Hersteller-Dasein oder beziehungsweise der Seite des Herstellers. Ich glaube, das ist bei NVIDIA auch dahingehend noch ein bisschen anders. Also A, das ist solche, so ein Ansprechpartner für Creator. Gibt es nicht bei allen Firmen. Ne. Das ist öfters auch an Agenturen ausgelagert, die auch einen super Job machen können. Aber es ist natürlich dann wieder eine Approval- und Kommunikationsebene dazwischen, wo immer auch mal viel verloren geht. Und gerade jetzt vielleicht bei jemand wie dir, der auch sich des Stilmittels, des Sarkasmus des Öfteren mal bedient, ist es dann relativ gefährlich, wenn da dann mal was wegfällt. Weil dann denkt man sich der andere so, was hat der gesagt? Nein, nein, er hat zwar das gesagt, aber er hat es auf die Art und Weise gesagt und das bedeutet dann das und das. Plus, dass ich halt einfach im Marketing aufgehangen bin und nicht im Sales. Was auch teilweise, wenn diese Positionen so ineinander gehen, dann ist die Motivation auch nochmal eine andere. So, wenn dann deine eigenen vielleicht Boni-Zahlungen und so weiter an jetzt dem Sales hängen. Kriegst du doch noch deine 10% davon oder 5%. Und wir haben halt eigentlich kein eigenes Produkt. Das muss man auch dazu sagen. Also klar, wir haben eine Founders Edition da auch als Referenz. So gut könnt ihr das machen, Hersteller. Nehmt euch ein Beispiel. Aber abgesehen davon sind wir halt eine Technologie und immer mehr Software-Unternehmen und verkaufen eben das an Hersteller, die das dann wiederum an die Endkunden verkaufen. Also sprich, unser Interesse ist jetzt... Also ich kriegst du aus meiner Richtung damit, du sagst dann immer, wir haben jetzt mal was für NWDR G-Force, also in Klammern Gaming. Dann haben wir was für Studio, also in Klammern irgendwas mit Arbeit. Dann haben wir was für G-Force Now oder andere Services. Und dann sitzt du natürlich, ich setze dich eigentlich am Ende alles das Gleiche, weil NWDR... Ne, das sind dann ja bei euch tatsächlich einzelne, auch Töpfe, kann man sagen, Budget-Töpfe. Töpfe, aber auch trotzdem witzigerweise ein Ansprechpartner. Ja, und es werden auch irgendwie gefühlt jedes Jahr mehr Töpfe. Wir haben jetzt auch zum Beispiel den RTX AI PC-Top. Ja, geil. Kommt auch noch mit dazu. Bitte nicht. Der Frames-Win-Game-Topf, also der kompetitive Gaming-Topf und so weiter. Und ja, also es wird nicht langweilig. Das ist das Positive. Das Negative, ja, es werden mehr Töpfe und der Headcount bleibt gleich. Und ich hatte es in der ersten Folge, hatte ich dann mit Lars, dem Tech-Marketing-Kollegen, drüber gesprochen. Und das Schöne ist natürlich auch, also abgesehen davon ist es ja dann, das ist jetzt alles nur der Consumer-Bereich. Daneben gibt es ja den Enterprise-Bereich und den Automotive-Bereich. Ja, oh mein Gott. Ja, und das Schöne ist aber gleichzeitig, dass es eben so Trickle-Down-mäßig ist. Also es bleibt die gleiche Architektur, die gleiche Plattform und aus jedem Bereich kann man sich dann da was rausziehen und entsprechend gibt es auch die Schnittpunkte. Automotive, ja, also liebe Community, natürlich, lasst Kommentare da, was ihr sehen wollt. Aber ich will auf jeden Fall auch mal eine Folge mit einem Automotive-Kollegen aufnehmen und da mal ein bisschen reinhorchen, wie es bei denen so abgeht und was da ein bisschen passiert. Genau, also das wollte ich nur sagen, das macht eben vielleicht auch nochmal ein bisschen den Unterschied in der Zusammenarbeit, weil man bei uns das halt schwierig sagen kann, ich halte Produkt XY in die Höhe und sag dann das und das. Sondern wir müssen im Endeffekt im Marketing von GeForce dafür sorgen, dass die Leute unsere Technologien verstehen und Bock drauf haben und dann eben GeForce kaufen wollen, welcher Hersteller auch immer da dann davor oder dahinter steht. Verstehen ist ein guter Punkt, glaube ich, weil ich kriege das ja oft mit, dass dann Leute, also man kann das, glaube ich, gut mit Smartphones vergleichen, dass Leute wahllos sagen, nö, ich kaufe mir kein iPhone, ich kaufe mir lieber Android oder ich kaufe mir lieber iPhone statt Android. Und der Grund ist, weil, ähm, hübscher. So, und dann sind sie im Alltag und fragen sich, warum ist das eigentlich alles so scheiße? Also egal, ob die jetzt Android oder iPhone nutzen, aber für deren Alltag fragen die sich dann, warum ist denn das alles so scheiße? Ach, dann nehme ich doch lieber was anderes, ist dann bestimmt besser. Und finden die das auch scheiße, weil die in dem Falle dann gar nicht verstehen, was sie eigentlich scheiße finden, was sie brauchen und deswegen nur so random hin und her switchen und deswegen so auch random flamen und Sachen doof oder gut finden, aber gar nicht genau warum. Und wenn dann natürlich aus Seiten, aus Sicht eines Herstellers deswegen unterschiedlich, unterschiedliche Kreierende oder Influenzierende ausgewählt werden, die dann auch an unterschiedliche Zielgruppen sowas ranbringen können, weil ich kann ganz sicher für bestimmte Zielgruppen es schlechter erklären, für manche Zielgruppen aber besser erklären und zeigen, warum ein Gerät, ein Produkt, ein Service gut oder schlecht für diejenigen sein sollte. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch geil, nicht nur dass Hersteller versuchen, dann unterschiedliche Influenzierende für sowas zu nehmen, sondern das auch längerfristiger beizubehalten. Weil oft ist es ja auch so, wenn ich da aus meiner Sicht mal widerspreche, dass viele Hersteller kommen und sagen, ja, wenn wir das jetzt zusammen machen, Alex, dann wollen wir das auf jeden Fall auch längerfristig machen. Also nicht nur einmal kommen wir zusammen, sondern zehnmal. Und diese Aussagen sind zu 99,9 Prozent Bullshit. Wenn jemand kommt und das schon als ersten Hook nimmt, sind die nie auf was längerfristiges aus. Und es ist immer dann eine performancebasierte Scheiße und wenn das beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann sind die sofort weg. Immer, immer, immer. Also da muss man sich nichts vormachen. Aber wenn man nicht mit sowas kommt, mit so einer Hook gleich zu beginnen, sondern wenn dieser grundsätzliche Austausch ein ganz anderer ist, so wie bei uns zum Beispiel, dann weiß man auch auf Dauer, hier geht es halt um was anderes, wenn man zusammen Produkte oder Services an die Community bringen möchte. Und das ist natürlich auch aus Sicht eines Kreierenden, finde ich zumindest, geiler, weil du dann weißt, du kannst anders mit diesen Produkten und Services arbeiten und es auch ganz anders an die Leute ranbringen und deswegen das Standing, das du hast, auch möglichst gut nutzen kannst. Und musst dich dann für gewisse Dinge nicht krampfhaft jetzt verstellen, damit es auch beim nächsten Mal wieder klappt und du beim nächsten Mal wieder dabei bist, beim nächsten Mal, oh mein Gott, hoffentlich finden die das gut. Das ist ein viel schöneres Arbeiten. Ich hoffe, das war verständlich. Das kam mir gerade so spontan in den Kopf. Ist es. Das bringt mich dann auch wieder aus unserer Sicht. Und es geht ja gar nicht, Moment, gar nicht nur um bezahlte Projekte dabei. Das halte ich jetzt witzigerweise gar nicht im Kopf, sondern es ging ja eher darum, dass man überhaupt zusammenfindet, weil man weiß, es ist so ein gewisser Grundkonsens, den man teilt und deswegen macht man das. Ja, bringt mich nur zu dem Punkt, weil das öfters wiederum auch mal von Agenturen, Managements oder Creatern selber gefragt wird, so hey, wollt ihr langfristig was zusammen machen? Das ist natürlich dann eher so in dem Hinblick so, ja, euer Logo ist dann so und so lange unter dem Stream oder das und ich kann hier noch den Link platzieren und so weiter. Ist ja bei vielen, keine Ahnung, nimmst du irgendein Essen oder irgendein Energy Drink oder so, und dann gibt es immer den Code bla bla bla. Bei Twitch ist ja voll, das kann man ja sagen. Es ist ja kein Geheimnis. Ja, aber wo ich dann eben auch sage, also oder sagen muss, zwei Sachen dazu. A, oder drei Sachen eigentlich. A, wir machen keine Verträge. Also ich habe, ich sage nicht wir, ich mache keine Verträge, weil das wieder von dem Punkt von vorhin, man sieht sich immer zwei, drei, vier Mal so im Leben. Wenn es funktioniert, dann ist es cool und dann können wir das öfters machen oder wie auch immer. Wenn nicht, dann ist es halt nicht. Also dann ist jetzt weder Nvidia auf den Creator angewiesen, noch der Creator auf Nvidia und gut ist. B, oder das zweite ist, wie du es anfangs gesagt hast, diese Budgettöpfe, die sind bei uns immer nur auf drei Monate. Also ich kann gar keine längerfristigen Sachen irgendwie vereinbaren als jetzt drei Monate. Und C, habe ich vergessen. Ist nicht schlimm. Ja, aber es, mir fällt auch noch so random was ein, das soll ja, Ah, kurz, ah ja, sorry, wenn du es hast. Dieses klassische, dieses klassische, hier ist euer Logo und dann findet euch jeder toll. Jetzt auch, soll ja nicht arrogant klingen, aber ich muss niemandem mehr erzählen, wer oder was Nvidia ist. Also zumindest nicht von unserer Zielgruppe. Das stimmt. Sprich, reine Visibility, das bringt uns nichts. Also es muss immer irgendein Messaging, irgendein Erklärpart mit dabei sein. Zumindest in Kombination. Es kann ja jetzt halt mal sein, das Video ist der Erklärpart und dann kommt der Social Media Post, der halt dann eher so der Eyecatcher ist, noch drumherum, sowas. Aber das ist eben auch nochmal was, was uns vielleicht ein bisschen in der Art und Weise, wie wir arbeiten im Marketing von anderen Firmen, die eben eigene Produkte haben, so ein bisschen abhebt. Ja, voll. Also ich wäre nicht gegen Agenturen bashen. Es gibt gute Agenturen, es gibt wirklich tolle Agenturen, ohne Scheiß. Ich habe schon manche kennengelernt, wo ich mir dachte, oh mein Gott, wollt ihr mich adoptieren? Einfach einfach so, hab Bock auf eine Adoption, weil ihr seid so geil. Aber es gibt auch viele, die sind so dermaßen unnötig, dass du dir denkst, oh mein Gott, kann ich nicht einfach direkt jetzt mit dem Kunden reden? Das ist so hart unnötig, was wir gerade über E-Mail machen oder Telefon. Deswegen, ja, ist auch immer so ein Hin und Her. Aber umgekehrt, witzigerweise, ihr habt die Visibility nicht nötig, weil, ne, euch kennt ja hier, deswegen muss man es nicht groß erklären, in Anführungszeichen. Jeder weiß ja, okay, entweder, lol. Aber genau deswegen muss man ja eigentlich auch wieder was erklären, damit die Leute denken, entweder ist es nicht nur Grafikkarte. Umgekehrt, wenn man sich aber auch so Twitch und so anguckt, wenn da mal so ein Logo zu sehen ist von, weiß ich nicht, irgendeinem Energy, also irgendeinem Hersteller, Name und du denkst dir, was ist das? Das läuft ja halt die ganze Zeit in so einer Rotation von fünf, also fünf Brands laufen in so einer Logo-Rotation und du fragst dich halt bei zwei davon, wer ist das? Und dann macht so eine Platzierung halt aus meiner Sicht auch wieder keinen Sinn, wenn du jedes Mal erklären musst, was das da für ein Logo ist. Dann weißt du doch schon, diese Kooperation sollte vielleicht anders aufgebaut werden. Es ist jetzt auch kein Hate gegenüber Streamenden, die sowas nutzen, um Geld zu verdienen. Das ist okay, völlig okay, verdient damit euer Geld. Ich würde es halt so nicht machen, weil ich es so nicht geil finde. So, also nicht falsch zu stellen. Ja, aber es ist ja auch aus zweierlei Hinsicht, also A, aus Community- und Creator-Sicht und B, natürlich wiederum auch aus der Hersteller-Sicht. So, hey, ihr zahlt da Geld für euer Logo, aber eigentlich weiß keiner, wer ihr seid. Das ist ja dann auch wieder möglich. Also vor allen Dingen, wenn es auch in so einer Rotation drin ist, wenn es dann immer wieder verschwindet hinter drei anderen. Das finde ich dann, wenn das so eine, ich sage mal, so eine gewisse Exklusivität hätte, ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber so ein, naja, ich würde es so halt nicht machen. Ich hatte mir vorhin noch gedacht, bei dem, wo du meintest, mit iPhone und Android und dann findet man es irgendwie scheiße, aber weiß nicht genau was. Da hatte ich mir nur gedacht, okay, Medienkompetenz, aber auch Technikkompetenz. Weil, klar, die zugrunde liegenden Technologien und Techniken, die sind extremst komplex und immer komplexer. Aber gleichzeitig wird eigentlich, wird ja die Handhabung immer simpler und immer leichter. Aber trotzdem muss man sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, wenn man sich jetzt das Flaggschiff XY kauft und dann sich halt wundert, ja, wieso kann ich das denn nicht machen? So ein bisschen damit selber auseinandersetzen muss man sich schon. Ja, ja, Medienkompetenz. Ich denke mir das nur immer, nur kurz, dass es simpler wird, blöd gesagt, aber ich glaube, das kennen viele, wenn dann mal wieder Mutter, Vater, Tante oder sonst was anruft und sagt so, ja, hier, ich habe das Internet gelöscht, mäßig. Und ich denke mir so, ey, ihr seid mit PCs in den 90ern zurecht gekommen. Ja, komisch, oder? Dann könnt ihr jetzt doch alles, und zwar im Tiefschlaf, also weil es ist ja vieles deutlich simpler geworden, zumindest eben in der Bedienung. Ja, ja, das stimmt. Ja, Medienkompetenz würde ich auch auf jeden Fall erweitern. Also nicht Medien nur im virtuellen Sinne, sondern Mediumkompetenz muss es fast schon heißen. Das meine ich gar nicht esoterisch, sondern egal, bla. Aber ja, es stimmt, es dürfte, manche denken sogar Medienkompetenz bedeutet nur Medien im Sinne von Fernsehsender oder Radiosender. Da du denkst, nee, das ist schon lange nicht mehr die Medienkompetenz, das ist schon viel mehr. Aber ja, das müsste es sein. Aber umgekehrt, das ist, glaube ich, auch so eine kleine Wechselwirkung. Und da ist auch Nvidia nicht ausgenommen. Ich glaube, da sind alle dabei. Es gibt halt auch zu viel. Ich kann schon immer aus Sicht eines Herstellers verstehen, warum es so ist, warum Telefone in Submodelle geteilt werden oder warum, weiß ich nicht, auch neue Brands wie, letztens war das Nothing, ich glaube, Nothing hat doch irgendwie eine neue Firma noch gemacht, CMF, ist irgendwie das Gleiche, nur mit einem anderen Gehäuse. Warum so viel? Da ist es auch schon verständlich, warum manche nicht hinterherkommen, weil nicht jeder so wie wir in so einer Blase sitzen und wissen, ah, okay, das ist von dem, ah, das ist von dem, ja, brauchen wir jetzt nicht. Oder das TI-Modell ist automatisch das Bessere statt die Modellnummer ohne dem Zusatz oder so in Anführungszeichen. Das wissen ja viele nicht. Und dann stehen sie vor so einem Regal und sehen dann die 1050, 1050 TI, 1060, 1060 TI, 1080, 2050, 2060 und dann so. Ich glaube, dann kann man zwar viel Medienkompetenz und viel Arbeit leisten, aber der letzte Step, der letzte Meter ist dann doch schon noch eine Hürde in diesem Shop, bevor man klicken kann. Aber ja. Ja, ja, nee, also mir ist das natürlich auch bewusst, auch in der Zusammenarbeit dann eben wiederum mit Creatern, ähnlich jetzt beim PR-Kollegen mit der Presse, dass man da vielleicht teilweise auch so ein bisschen das ablädt. So, hier ist unser ganz komplexer Stack, erklär den mal, in simple. Und das, da macht man, ja, kann man es sich leicht machen, sollte man aber nicht, weil per se musst du es natürlich auch selber erst mal für dich alles verstehen und erklären können, damit du es dann wiederum, ne, das, man muss etwas wirklich durchsteigen, damit man es simpel erklären kann. Ja, und dann kommt der Witz, viele Sachen, durch die man dann durchgestiegen ist und erklären will, sind dann auch zu einem Großteil gar nicht wichtig für die, die zuschauen, sondern die wollen dann vielleicht nur, ich will einen Gaming-Computer für x Euro, der im besten Falle für die nächsten fünf Jahre für mich Gaming-Erlebnisse bietet. Und dann geht es halt los. Ja, kannst du machen, aber wenn du nochmal 50 Euro mehr hast, dann kriegst du noch ein paar Frames mehr hier, da und das und wenn du nochmal 50 Euro mehr drauflegst, dann könntest du noch das machen, bla. Das ist, glaube ich, so ein Hauptproblem. Auch wenn du gerne definitiv etwas definieren wollen würdest in den Outputs, gibt es immer ein Aber und ich glaube, es wäre geil, wenn man das in Zukunft, dieses Aber kleiner kriegen könnte, dass man wirklich sagen könnte, die 40, 60 ist die Karte, wenn du 500 Euro hast und zocken willst, Punkt. Die 40, whatever oder die 50, whatever, 60, whatever ist denn die Karte, die du kaufst, wenn du 1000 Euro hast und wenn du gar kein Geld hast, dann hol dir GeForce Now, weil dann kannst du das auch auf deinem Toaster spielen, Punkt. Und das wäre so geil, also aus Sicht eines Creators, wäre das supergeil, weil dann könntest du ganz klar definieren. Aber so ein Aber ist ja auch vorteilhaft, weil dadurch kannst du dann oder können auch wieder viele andere Creator ihren Nutzen draus ziehen und noch anderen Content machen, wie Vergleiche und Konfigurationen, die einem vielleicht gar nicht bewusst waren bis zu diesem Zeitpunkt. Das hat alles Vor- und Nachteile, wie immer. Ja, genau. Und ich meine, wie du schon gesagt hast, da sind natürlich viele Gründe und Drähtchen dahinter, warum, wieso, weshalb. Gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist ja auch ein bisschen Teil des Charmes, sage ich mal, von PC Gaming, dass man eben alles sich einstellen kann und optimieren kann, wie man möchte. Aber ja, ich gebe es weiter. Dein Feedback ist, dass wir ab jetzt nur noch die 4090 verkaufen und sonst nix. Ja, fertig. Ja, komm, selbst Apple ist ja mittlerweile in Anführungszeichen auf diesen Zug aufgesprungen. Selbst Apple macht mit. Die haben jetzt ja auch ihren M1, M2, M3, M4, M Ultra, Max Pro. Und selbst da hast du inzwischen so, why, 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 aber okay, ja. Aber war vorher mit Intel auch nicht unbedingt geiler, aber ich dachte zumindest aus persönlicher Sicht, dass das jetzt auch endlich mal ein Ende hat, dass du ganz klar sagst, M1, 2020, M2, 2021, M3. Nein, das ist es leider auch nicht geworden. Wäre aber geil, ich muss zugeben, es wäre geil, wenn Hersteller vielleicht ihre Produkte nur noch nach Ja benennen würden. iPhone, Beispiel, iPhone 16 kommt doch jetzt raus, 16. Samsung Galaxy, was ist das jetzt, S24, 23. Ich persönlich finde Modellbezeichnungen super albern. Wenn du das, also wenn du das wirklich mal sprichst, nicht nur liest oder tippst, sondern wenn du das sprichst, das Samsung Galaxy S23. Was ist denn das für Ultra? Ultra, Max Pro, super, krass. Hä? Kann man nicht einfach sagen, das ist das iPhone 2024, Ende. Ja. Hä? Shoutouts gehen raus an die 4070 Ti Super. Ja, es ist doch so viel geiler, du weißt, das ist die Karte von diesem Jahr, Punkt. Ich weiß auch nicht, aber ja, keine Ahnung. Ist so mein Kink, den ich gerne hätte. Weg mit diesen Modellbezeichnungen. Weil wie lange willst du das spielen? Wie lange willst du das spielen? Das Samsung S51 irgendwann? 83? 112? Wir machen einfach noch mal eine weitere Folge und holen uns dann ein Branding- und Logo- und Slogan-Experten mit ins Boot, der ich nicht bin. Weil ich muss ja auch sagen, zu dem Punkt vorhin mit, man muss Sachen verstehen, um sie erklären zu können, als ich mich für diese, für die Stelle beworben habe, des Community Managers von NVIDIA, sprich, wo über 90 Prozent der Arbeit darin besteht, die mit, mit, mit Creatern zusammenzuarbeiten und mit denen Marketing zu machen. Ich hatte keinerlei Kontakte zu irgendeinem Creator. Ich hatte jetzt auch keinen eigenen Kanal und war so gesehen jetzt auch nicht unbedingt der sozialste Mensch, mal, ne? Also im positiven Sinne für die Rolle. Ich war und bin ein Gamer, aber vor allem halt ich durch die Rolle des Hardware-Redakteurs bei der Gamestar, habe ich halt verstanden, um was es geht, auf die Hardware bezogen und konnte das dann halt auch erklären und habe da natürlich auch meine, meine Expertise und meine Faszination. Und der Rest ist dann, sag ich mal, gewachsen und ich glaube, ich auch mit der, mit der Rolle. So, aber ähnlich wie du es am Anfang gesagt hast, man, man schaut dann teilweise zurück und denkt sich so eher, nee, das war eigentlich ein ganz anderer, gar nicht im negativen Sinne zwangsläufig, aber man, man ändert sich da natürlich. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man im Nachhinein reflektieren und sagen kann, das war halt damals tatsächlich etwas anderes und das, also davon ist man auch überzeugt und weiß es, dass das etwas anderes war, nicht nur eine andere Zeit, sondern auch ein anderer Mensch, ein anderer Charakter, den man gefahren ist. Wenn man das weiß, dann ist das gut, wenn du aber, es gibt ja auch Fälle, wo du es nicht weißt und nicht verstehst und jetzt vielleicht in so einer Art, oh mein Gott, früher war alles besser, früher war alles cooler, früher hatte ich so viele Views oder was auch immer. Wenn du dann an diesem Punkt bist und das aber gar nicht reflektiert bekommst, dann ist schwierig. Das ist ein enorm großes Problem. Und dann auch so eine Distanz zu finden von dem, was er mal gemacht hat und war und dies, das. Das ist schon wichtig. Viel Psychologie spielt damit ein in dieser ganzen Thematik. Auch wenn man das immer gerne weglabern will, weil alles immer fröhlich und toll ist. Aber nee, das spielt sehr viel mehr ein, als man glaubt. Ich habe es erhofft und ein bisschen befürchtet, dass das hier alles so ein bisschen ins, was schon esoterisch abdriftet, aber ich finde es herrlich. Wir können noch mal den ganzen Podcast in zehn Minuten machen mit ganz platten Sachen. Geht auch. Ja, 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 mit lauter so Instagram-Sprüchen. Ja, oder sowas wie du fragst, du fragst, dann erkennst du andere. Ja, genau, genau. Oder du fragst nochmal, warum waren das so die Scheiße? Ja, weil ich, meine Antwort müsste denn ja sein, wenn wir so was platten machen wollen, ja, die war doch scheiße. Nee, war sie nicht. Okay, danke, Leute. So, das wäre es halt, Punkt. Ja, ja. Aber weil wir jetzt noch so ein bisschen bei den weiterführenden Diskussionen sind, ich möchte einen Kommentar aus der letzten Folge aufgreifen. Ja. Das ist gleichzeitig auch der einzige Kommentar, der nicht von mir verfasst worden ist. Also Leute, bitte gebt Feedback, schreibt Kommentare. Ich lese sie gerne und greife sie dann auch gerne auf und schaue, dass wir das besser machen können. Ist ja noch ein frisches Format. Absolut. Muss ja noch irgendwo anfangen. So. Ja. Wer sich wundert, dass wir relativ viele Views haben und praktisch keine Kommentare, wir haben Werbung geschaltet. Was? Das ist die Verknüpfung? Das kann nicht sein. Nein, nein. Nein, also das ist, ich spreche jetzt natürlich nur für uns bei Creatern, wo das vielleicht auch mal passiert, da ist das dann Zufall. Jedenfalls gab es einen Kommentar von der Irmengard. Und zwar, ich musste lachen, aber es passt jetzt gerade irgendwie ein bisschen. Bin aus Versehen hier gelandet. Klingt irgendwie nach Lala-Land. Welche echten, realen Werte schafft ihr? Klingt wie Kindergarten für Erwachsene spielen und Spaß haben. Also, Grüße an Irmengard. Ich fand es nur, dieses, welche realen Werte schafft ihr? Hat jetzt so ein bisschen zu dieser philosophischen Debatte gepasst im Sinne von, ja, auf deiner Seite so, ja, warum, warum bewerbe ich das und was hat meine Community davon, wenn ich das und das zeige und ist das gut oder schlecht? Und natürlich eben auch für die Firmen, auch platt gesagt, auch hinsichtlich Marketing. Was kann ich den Leuten erzählen, wofür sie das brauchen und was ihnen das Ganze bringt? So interpretierst du das. Ich hatte gesagt, dieser Kommentar ist eher so nach dem Motto, ja, ihr sitzt auf euren Stühlen, labert in eure Mikrofone und Kameras rein. Geht doch mal richtig arbeiten. Hin jetzt in die scheiß Kohlemine mit dem Rohrstock, weil da tut ihr noch was. Dann arbeitet ihr für die Gesellschaft hier, schöpft ihr die Kohle. Also, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so viel Auswahlmöglichkeiten an Kommentaren. So hätte ich jetzt eher das interpretiert, aber ich bin auch, glaube ich, Twitter versaut. Ja, aber man sieht auch, du beziehst sowas auf dich als Person. Ich beziehe sowas auf die Firma. Aber um das, ja, um das ist deiner. Du bist deine Firma und ich bin halt nur Angestellter. Deine Interpretation, wenn wir die aufgreifen, dann wäre ja zumindest der Mehrwert oder der, wie war das, der reale Wert? Welche echten, realen Werte schafft ihr? Klingt wie Kindergarten für Erwachsene. Spielen und Spaß haben. Ist ja per se was absolut Positives. Ja, es gibt einen Grund, warum es Disneyland Parks gibt und auch sehr erfolgreich auf der ganzen Welt. Also so jemand, der sowas schreibt, muss ja sehr verbittert sein. Aber, okay, um das mal so aufzunehmen, ich, aus meiner Sicht, Unterstützung. Unterstützung. Das ist jetzt auch gar nicht so platt gesagt, wie das vielleicht klingt, aber das hatten wir auch im Laufe des Gesprächs bis hierhin mehr oder weniger immer mal wieder so im Raum schweben. Es geht ja schon darum, Menschen dabei zu helfen, was sie in so einem Falle tun sollen, wenn sie sich dafür interessieren. Weil Zielgruppe hat, Zielgruppe guckt, hat Bock auf Computer mit Grafikkarte, Bock auf Zocken, was auch immer, guckt den Content und denkt sich, ja, ich glaube, das wäre was für mich. Ich kaufe mir diesmal doch keine AMD-Whatever-Karte. Nummer eins. Aufklärung oder Edutainment, ein bisschen Wissen vermitteln, gehört da auch dann mit zu. Dass du dann sagst, wie bei dem, welche Karte war das? War das die 4090, wo ich dann den Exkurs in die Vergangenheit von Nvidia kurz gemacht habe, wo ich diese erste GeForce 256 in der Hand hatte? Ich glaube, das war das 4090-Video. Dass man dann auch als Creator, wir blenden das auch, dass man als Creator vielleicht nur sagen oder auch mal zeigen kann, Leute, guck mal, das ist die 4090, ein Riesenteil, wobei das ist eigentlich alles nur Kühlung, der Rest da drin ist halt eigentlich klein, lol. Da sind wir heute und das war's, damit hat es halt angefangen, das erste von diesem Hersteller, der jetzt so eine Karte macht, das ist jetzt entweder, guck mal, und die Leute, ach so, weil viele wissen ja nicht mal, warum, das klingt jetzt wild, aber es ist so, viele wissen ja nicht mal, warum in Spielen dieses Disketten-Symbol, das Speichersymbol ist. Du musst den Leuten erstmal klar machen, Diskette, da kommt das her, weil da hast du Daten gespeichert. Ich finde schon, es ist überholt, man kann, glaube ich, inzwischen schon ein anderes Symbol nehmen, aber es ist halt noch so ein Kultfaktor. Und da geht's halt los. Also, Diskette. Es war dann mit der 4090, mit der ersten GeForce, für mich so dieser Disketten-Vergleich sozusagen. Und das finde ich dann cool, wenn man das auch in dieses Gesamtkonzept so mit einweben kann, dass dann Leute denken, ah ja, geil, geil. PlayStation, Nintendo, whatever, da ist der Ursprung halt auch ein Tiger Electronics, ein Game Boy, ein Odyssey, whatever. Es kommt ja immer von etwas, wo wir heute sind. Die Erde ist nicht 2024 Jahre alt. Es gab immer mal einen Ursprung von etwas, dass es zu dem gekommen ist, was wir jetzt haben. Und das erwähnen ja viele nicht. Und das ist total sad. Und ich mache sowas ganz gerne, wenn ich es kann, wenn ich mich, ich habe ja zu Beginn gesagt, ich gucke jetzt mir auch nicht alles an, aber es gibt Themen, da lese ich mich auch gerne ein. Und da wird das halt auch ein bisschen umfangreicher und nerdiger. Ist auch immer eine persönliche Interessenssache. Und wenn man das kann und wenn man es vermitteln kann und die Leute dann mit einem Aha nach Hause gehen, geil, so also Support, Wissensvermittlung, Edutainment, das sind für mich glaube ich schon mit die größten Dinge, die man als echten Wert vermitteln kann für jemanden, der so vorm Computer sitzt. Ich will jetzt nicht so sehr abdriften, weil ich könnte da jetzt auch noch ein bisschen was dazu aus Redakteurs Sicht machen. Aber vielleicht nehme ich das auch mit, wenn ich mich mal mit einem Redakteur unterhalte, wie vielleicht im Vergleich zu früher jetzt so Grafikkartentests ablaufen, weil es ja auch wiederum umfangreicher geworden ist hinsichtlich Features und so weiter. Und was erklärst du deiner Zuschauerschaft alles? Aber wenn wir jetzt schon praktisch von dem Ursprüngen der Erde kommen, vielleicht auch so ein bisschen Blick noch in die Zukunft. Du hattest anfangs schon mal mit dem Fernseher und GeForce Now und so weiter erwähnt. Blöd gesagt, aber wie siehst du so die Zukunft des Cloud Gamings? Also ich finde jetzt... Vielleicht das Cloud in Klammern. Ja, ja, okay, I see. Also ich finde jetzt den Status Quo schon ganz geil, wenn es vor allem um Cloud Gaming geht. Also ich bin wirklich privat ekelhafter Fanboy von GeForce Now. Es funktioniert halt leider sehr gut, sehr gut. Und ich bin selten von einer Software überzeugt, dass ich mir denke, ich klicke da fast jeden Tag irgendwie abends mal für eine halbe Stunde oder Stunde rein, weil es halt funktioniert, wenn ich draufklicke. Ich muss hier irgendein verficktes Update erst mal drei Jahre machen, damit es wieder funktioniert, bla, was auch immer. Und wenn ein Update ansteht, ist das halt so fertig. Also GeForce Now Liebe. Deswegen würde ich da schon sagen, das reicht mir. Da muss gar nichts Neues kommen oder Geileres kommen, weil das ist schon geil. Aber wenn man die Cloud jetzt wegnimmt und sich das anguckt, was halt so vor einem ist. Ich würde es toll finden, wenn alles nicht mehr so groß, schwerfällig, heiß und laut wäre. Aber ich bin ein großer, ich habe große Abneigung gegen vor allem große Computer. Ich kann die Faszination verstehen. Ich finde es auch manchmal sehr interessant, was Leute daraus so bauen. Wenn man von so einem Height, wie heißen die Dinger, Y60 PC oder so mit diesem Trapezdesign und Screen vorne, wenn da manche etwas draus bauen, das ist mir egal. Das sieht cool aus, das könnte ein kleiner Themenpark sein, würde ich mich gerne reinsetzen, würde ich mir aber selber nie hinstellen, so ungefähr. Toll, tolle Faszination. Aber für diejenigen, die das nicht wollen, gibt es irgendwie keine richtig geile, ebenbürtige Alternative, dass man sagt, ich hätte jetzt auch gerne eine 4090, genauso wie in diesem großen PC, nur halt irgendwie in meinem Bildschirm drin, kann dann da alles, mit so einem All-in-One-PC, kann all meine USB-Eingänge nutzen für Kameras hier beim Streamen, was auch immer, habe dann aber sonst total clean alles. Mein Schreibtisch ist clean, habe keinen großen Computer irgendwo stehen, es ist nicht laut, sondern es ist alles ruhig. Bei Mac-Fan und so, sorry. Wenn es in diese Richtung gehen könnte, also wie nennen wir das, effizienter das Ganze gestalten, also weniger Hitze, weniger Energiehunger oder sowas, dass alles mit dieser Leistung, mit dieser Qualität in viel kleinere, schmalere Dinge passt, ohne Kompromisse, das wäre eine geile Zukunft, weil dann kann ich mir auch tausend mehr Einsatzgebiete für viele Dinge vorstellen und wahrscheinlich würde auch Automotive davon profitieren. Mal so blöd gesprochen, wenn da die ganzen Full-Safe-Driving-Dinger in alle möglichen Autos kommen, wenn das halt ein kleinerer Hardware ist, dann auch wartungseffizienter, muss dann vielleicht nicht einen riesen Computer ausbauen, damit das funktioniert oder whatever. Das wäre vielleicht so mein Wunsch für die nächste Zukunft. Kleiner, kompakter, aber genauso geil. Man könnte meinen, dass das, also zwei Sachen dazu, bei dem Cleaner und so weiter habe ich jetzt eigentlich gedacht, naja, nimmst du einen Laptop und machst eine Dockingstation dran, dann hast du es schon clean und klein und portable. Effizienz ist natürlich was, wo wir viel dran arbeiten und das uns ja eigentlich auch überall auf die Fahnen schreiben, dass wir die effizientesten Karten und Generationen immer wieder rausbringen. Gleichzeitig hast du natürlich auch so, naja, du hast jetzt eben in dem kleinsten 40er-Modell so viel Leistung wie so und so viel in den alten Generationen, aber die Leute wollen ja dann auch immer mehr und dann hast du halt auch auf der anderen Seite natürlich auch eine 4090, so eine 4080, 4090 mit den Kühlern, wie sie eben sind. Aber vielleicht auch für dich interessant, wir haben das auf der Computex vorgestellt, Small Form Factor Enthusiast Programm. Es ist im Endeffekt einfach nur eine Tabellen und ein Label, damit die Leute wissen, ah, okay, wenn ich mir in dieses kleine Mini-Gehäuse diese Karte reinbauen möchte, dann passt die. Man hat ja öfter mal das Problem, vielleicht, weiß ich nicht, kaufst du dir bei Händler XY eine Karte und dann schaust du dir die Abmessungen an und dann sind da die Abmessungen von der Schachtel angegeben oder sowas, aber nicht von dem. Und das haben wir uns, da haben wir uns eben die Mühe gemacht und das alles vermessen und aufgelistet und dann kannst du dir eine Small Form Factor Enthusiast GeForce RTX Karte kaufen und weißt, die wird in das Small Form Factor Enthusiast Compatible Gehäuse von Hersteller XY reinpassen. Okay, weil dann habe ich doch noch einen Wunsch für die Zukunft. Mehr Standards, gerade so im Windows-PC-Segment meine ich, mehr Standards wären vielleicht mal wieder geil oder was heißt mal wieder, wären mal geil. USB-C hätte ja auch ein Standard sein können, wenn das nicht aufgedröselt worden würde mit, ne, wie viele Gen und 2x2, 3x whatever gibt es, wo du auch denkst, okay. Thunderbolt 4 oder USB 4 ist es ja auch nicht mehr, so wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder doch, Thunderbolt ja, aber USB 4 ist glaube ich auch wieder aufgedröselt in 4 whatever, 4 bla und 4, also mehr Standards, mehr Standards wäre geil, dass du weißt, wenn du das und das kaufst, es wird passen. Ja. Small Form Factor Enthusiast Program. Geil, Mann. Ja. Das ist geil. Gibt es dafür auch einen Aufkleber? Haben die Cases denn einen Aufkleber? Ich habe noch keinen gesehen. Ich habe noch keinen gesehen. Aber es wird alles verlinkt werden. Okay, gut. Man könnte mit dir wirklich noch und möchte eigentlich auch noch viel länger reden, aber wir sind jetzt schon seit fast, weit über einer Stunde jedenfalls dabei. Und eigentlich das große Thema, sowohl für uns als auch, na ja, nicht zwangsläufig für dich, aber auf jeden Fall was, mit dem du sehr viel und glaube ich auch gerne rumspielst, und spielst AI, haben wir also ganz ausgelassen, aber vielleicht können wir uns das ja mal für ein anderes Mal aufheben. Okay, gerne, ja. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Alex zum Thema AI noch ein bisschen ausquetschen wollt. Also eure Fragen lasst ihr dann gerne da. Von daher, ich sage dir vielen, vielen Dank, Alex. Sehr gerne, danke für die Handlung. Vielen Dank, dass du Gast warst und hoffentlich auch wieder sein wirst. Ich hoffe, Zuschauer hatten auch Spaß. Zuschauer, Zuhörende, ja. Auch. Beide. Und ja, also lasst euer Feedback da. Freut euch auf die nächste Folge und bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.